Ja okay, so jetzt bin ich dran, so jetzt erzähle ich mal vom Geschäft, also ich bin jetzt seit 60 Jahren dabei, ich habe schon alles gemacht, von hinten, von vorne, steht im Hausflur für den Finzer und einer hat mir mal einer 15 Euro Trinkgeld gegeben, ist schon Jahre her, aber ich habe sie noch gut gemacht.